Chitra Karani, auch genannt Chitra Karanyasana, bedeutet Strahlen und Leuchten verursachen. Chitra heißt Strahlen und Leuchtend. Chitra Karani heißt, ist ein Lichtmacher, auch ein ausgezeichnetes Werkzeug. Diese Stellung wird laut Garothe in der Enzyklopädie of Traditional Asanas in einer Asana-Aufzählung erwähnt, aber nicht beschrieben. Und so bleibt es im Dunkeln, was die lichtmachende Stellung eigentlich sein soll. Man könnte aber auch sagen, Chitra Karani ist eine allgemeine Bezeichnung für alle Asanas. Denn in allen Asanas wollen wir Licht erzeugen. In allen Asanas wollen wir neue Energie bekommen. Und du kannst dir manchmal vorstellen, dass du selbst zu Chitra Karani wirst, wenn du Yoga übst. Übe Asanas und Pranayama und Meditation nicht nur für dich selbst, sondern dafür, dass du Licht erzeugen willst in dieser Welt. In dieser Welt gibt es viel Dunkelheit und viele Probleme. Als Yoga-Übende wollen wir Chitra Karanis werden. Lichtmacher und Lichtverbreitende.